das war es so zum makroökonomischen wir gehen noch mal ein bisschen auf die einzelnen Titel rein auch wenn wir noch nicht mehr allzu viel Zeit haben ganz grundsätzlich gab es trotzdem positive Ausreißer in Quartalszahlen die sich in der Summe oftmals nicht manifestieren konnten in den Aktientiteln da wir gestern doch an vielen Stellen einen deutlichen Abverkauf gesehen haben und sich viele dieser Kurse jetzt wieder revidiert haben aber Paypal hat mal mit besseren Zahlen gearbeitet als gedacht die Quartalsertämpnisse waren besser als gedacht man hat auch von höheren Zinsen profitiert denn es liegt doch einiges an Kundenguthaben bei Paypal rum auch die Geschäftsjahresprognose zeigt eine Besserung es war jetzt kein großer Aufschrei und man kann ganz grundsätzlich sagen wenn wir uns Paypal anschauen ist die Aktie immerhin noch auf Tiefstständen allerdings sind wir auch hier nicht weiter abgerutscht und das natürlich in den Bewegungen die wir jetzt die letzten Tage als von gestern gesehen haben als nächstes Meta einer der großen Tech-Konzerne die mal ganz gute Zahlen geliefert haben an der Stelle muss man sagen war der Umsatz über den Erwartungen ganz grundsätzlich ist auch die Werbenachfrage positiv bei Meta und man hat hier scheinbar relativ erfolgreich vielleicht die KI bei sich integrieren können um Werbeanzeigen einfacher besser zu gestalten denn Meta profitiert scheinbar von diesem Trend und das sieht man auch ganz schön wir haben jetzt zwar diese M-Form die sich gerade auch ausbildet und man ist jetzt hier nicht wirklich herausgekommen aber in der Relativität des Marktes die wir uns gerade eben angeschaut haben sind wir ja trotzdem auf einem relativ stabilen Trend und das ist das was die Ergebnisse hier gezeigt haben ebenso auch bei Starbucks das muss man sagen waren die Umsatzerwartungen wurden sie nicht eingehalten ganz generell schwächelt hier auch weiterhin die Nachfrage aber Starbucks hat gesagt es wird bald wieder besser der Ausblick wird wieder besser also man sieht wieder quasi grünes Licht am Ende des Tunnels oder helles Licht am Ende des Tunnels und ganz grundsätzlich ist das natürlich wieder ein ganz positiver Punkt für die Starbucks-Aktie denn die ist nicht so wirklich in einem guten Momentum gerade wir finden uns immer noch auf Kursen von 2022 seit Jahresbeginn sind wir hier ja immer noch deutlich im Minus das sieht man hier an der Stelle also leichter auffinden zumindest für die Starbucks-Aktie aber auch hier wieder von tieferen Punkten und wer mal gute Ergebnisse geliefert hat ist in dem Falle AMD denn man sieht hier weiteres Wachstum im KI-Segment man hofft also weiterhin Marktakteile abgreifen zu können oder zumindest Teile des neuen Marktes der entsteht für sich gewinnen zu können das kam gut am Markt an und ganz grundsätzlich befindet sich die AMD-Aktie verhältnismäßig immer noch auf hohen Niveaus also hier steckt weiterhin viel Fantasie drin aber diese positiven Quartalszahlen die finden sich natürlich kaum hier wieder wenn ich jetzt mal in die letzten Tage hier gehe wir sehen ja mal den Wochenchart dann sehen wir wurden wir natürlich vom übergreifenden Abverkauf der Märkte hier auch getroffen denn ja die Chip-Aktien und der Tech-Sektor waren generell was das KI-Thema betrifft doch unter Druck das sehen wir auch ein bisschen wenn wir in die weiteren Quartalszahlen gucken das war nämlich das Hauptthema von Microsoft denn eigentlich waren die Zahlen besser als erwartet die Quartalsergebnisse lagen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn über den Erwartungen allerdings war das Cloud-Geschäft das große Problem das heißt beim Cloud-Geschäft hat man enttäuscht Cloud-Geschäft bedeutet in dem Falle Datenzentren und das ist sehr sehr eng verknüpft mit der KI-Leistung von Microsoft und der Strategie jetzt muss man sagen waren die Ergebnisse halt trotzdem sehr sehr gut sie haben aber die absolut hohe Bewertung die wir ja eigentlich eingepreist hatten und die Perfektion quasi bei Microsoft die eingepreist wurde konnte man ja damit nicht befriedigen und so ist das Ganze hier nach unten gerutscht und das ist ziemlich der Strudel den wir uns gerade eben die letzten 15, 10, 10, 15 Minuten jetzt schon angeschaut haben ganz gegensätzlich in dem Falle mal der Konsumgütergegang Procter & Gamble dort konnte man eigentlich sagen waren die Zahlen, die reinen Zahlen schlechter als gedacht allerdings ist das sehr sektorabhängig gewesen also in China waren die Ergebnisse eigentlich das Hauptproblem das US-Geschäft lief weiterhin sehr sehr gut muss man sagen und Procter & Gamble waren dann auch genau die Titel die in den letzten Tagen dann trotzdem sehr gut performt haben wir haben es ja hier so einen kleinen Absturz der Aktie durch die Zahlen relativ schnelle Erholung und jetzt sehen wir den Tag auch gestern hier gar nicht so deutlich in dem Chart-Bild von Procter & Gamble weil halt die defensiven Sektoren doch den Markt gestern stabilisiert haben Amazon habe ich schon zu gesprochen in dem Falle war die Amazon Cloud besser als gedacht und das ist eigentlich ein positiver Aspekt dafür war das Kerngeschäft von Amazon eigentlich das Hauptproblem und das Werbegeschäft dort hat man beide Male eigentlich so die Prognosen verfehlt sie waren in dem Fall auch keine grausam schlechten Zahlen aber auch hier waren die Erwartungen natürlich nach dem letzten Anstieg relativ hoch und das sehen wir dann doch einen ziemlich deutlichen Abverkauf jetzt die letzten zwei, drei Tage wir sind im Tief jetzt bei 150 Dollar wieder gewesen in der Spitze waren wir mal über 200 Dollar das heißt Amazon hat dann doch einen relativ deutlichen Schlag bekommen aber die Zahlen waren nicht allzu schlecht ja dann hatten wir noch das Thema Luxussegmente auch das ist ja weiterhin ein kleines Problemthema es läuft einfach nicht so gut und das liegt einfach auch zu großen Teilen an der chinesischen Wirtschaft die nicht in Schwung kommt die ja doch die letzten Jahre den Luxusmarkt deutlich getrieben hat dementsprechend hat die Aktie von LVM Asche auch abgegeben denn die Quartalsergebnisse waren schlechter als gedacht der Gewinn ist deutlich zurückgegangen dann ist auch Dior davon in den Abverkauf geraten jetzt muss man sagen Christian Dior die Holding gehört, der gehören 42% an der LVM Asche Aktie jetzt muss man sagen Bernhard Arno gehört die größten Anteile an Christian Dior und an LVM Asche also am Ende ist das alles irgendwie ein Konstrukt und somit haben die Aktien auch relativ ähnlich hier abgegeben kommen wir nochmal zu den zwei Blutbädern die es am Markt dann doch noch gegeben hat zum einen Moderna jetzt muss man sagen gab es einen deutlichen Umsatzrückgang bei Moderna einen deutlichen Verlust man kommt hier einfach nicht bei neuen Medikamenten gut zurecht zumindest nicht in dem Tempo wie erwartet zurecht es entstehen auch noch keine gut prognostizierbaren Umsätze zu denen hat man auch hier die Probleme mit Verhandlungen und der EU zum Thema Corona-Innenstoffe und die Aktie hat hier einfach deutlich abgegeben das muss man bei Moderna einmal hier kurz festhalten da sehen wir hier einen deutlichen Abfallkauf in der Spitze waren wir noch im Mai bei 171 Dollar jetzt bei 170 Dollar wir haben vielleicht über 100 Dollar hier an Unternehmens- oder an Aktienkurswert verloren teilweise deutlicher Rückgang und das war schon nicht ungewöhnlich für Moderna wie wir es hier in den letzten Wochen gesehen haben aber doch ein deutlicher Rückgang und das eigentlich obwohl in der letzten Zeit das Thema Pharmazie eher wieder an so einem Aufschwung war weiteres Blutbad gab es bei Intel muss man sagen da ist ja eigentlich die Hoffnung dass Intel so der US-Manufacturer für Chips wird man hat natürlich ursprünglich ein sehr sehr starkes Chipgeschäft war über Jahre eigentlich eine Ikone an den Märkten hat aber scheinbar nicht den Schwung in die neuen GPUs wie Nvidia sie produziert geschafft das heißt Intel Chips werden immer noch benötigt aber der Umsatz und Gewinnrückgang ist doch relativ deutlich auch diese Restrukturierung kommt nicht wirklich voran und auch die neuen Fabriken das hatten wir ja schon mal im letzten Mal gesehen das dauert noch lange bis die mal Gewinn abwerfen zum Chipbau so wie bei TSMC und damit haben wir ja einen deutlichen Kursverfall hier bei Intel man muss sagen wir sind jetzt bei Kursen auch hier aus dem Jahr 2015 das ist schon relativ heftig und das hat die Aktie auch dann wieder deutlich getroffen und man ist insbesondere durch diese Tiefs die wir eigentlich hier zuvor gesehen haben gekommen es gab auch keine Dividende sie wurde erst gekürzt für weitere Maßnahmen nun wurde sie ganz gestrichen also man scheint hier noch nicht ganz zu Rande zu kommen bei Intel hält sich gerade so bei dieser 20er Linie allerdings muss man sagen sind das schon Tiefspunkte und da ist die Frage groß wann schafft Intel eigentlich wirklich diesen erneuten Umbau mit sehr engleimetrin als home auf www.bistikspark.com